Wir haben 600 Likes auf das, äh, neues Mikrofon-Video geschafft. Hallo? Wie geil ist das denn bitte, Leute? Wie geil seid ihr denn bitte? Sollen wir irgendwie sowas ausmachen wie, wenn dieses Video 1000 Likes schafft, kommt der zweite Teil vom 25.000 Abonnenten-Special? Sollen wir das so machen? Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Äh, jetzt haben wir noch den Abend von heute. Ich hab heute gar nichts gefilmt, weil die Kamera war heute den ganzen Tag zu Hause und hat aufgeladen. Wie ihr seht, ich bin, ich hab doch überall Sonnenbrand. Ich lieg jetzt im Bett. Wir haben jetzt Viertel nach 0 Uhr. Ähm, und ja, ich werd jetzt dann pennen gehen, weil ich bin ziemlich müde. Und ja, ich hab heute nichts gefilmt. Das heißt, es wird morgen in der Früh wahrscheinlich noch irgendwas geben. Wahrscheinlich ein Frage-Antwort-Video. Aber das seht ihr ja dann sowieso. Das heißt, das wird jetzt nach ein paar Sekunden, werdet ihr das dann sehen. Äh, und ich laber schon wieder viel zu viel Müll. Ich wollt mich nur mal kurz noch an einem Tag jetzt melden und sagen, dass ich's nicht mehr geschafft hab, heute irgendwas zu filmen. Ähm, und ja, aber morgen werd ich euch auf jeden Fall mitnehmen, weil wir morgen auf jeden Fall auch noch in die Stadt fahren. Deswegen, ja, Leute. Und mir ist mega heiß. Ihr seht, ich schwitze, aber da vorne hab ich zum Glück noch einen Ventilator. Hilft so ein klein bisschen. Deswegen, ja. Bis dann, Leute. Ciao. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt mittlerweile den nächsten Tag. Ich bin jetzt, äh, mittlerweile schon auf dem Weg in die Stadt. Und, äh, ich hoffe, man hört mich ganz gut, aber es fahren hier laufend Autos vorbei, weil ich muss jetzt hier zu Fuß walken. Und, äh, ja, wie ihr hören könnt oder wie ihr hier sehen könnt. Es hat geregnet. Ich hab ne Weste an, zum Glück. Äh, hat es abgekühlt und zwar sehr. Wir haben jetzt, glaub ich, nur noch 21 Grad oder so. Da find ich mega gut. Ähm, morgen fängt's dann wieder an zu regnen, leider. Äh, zu, äh, zum heiß werden. Und das find ich halt nicht so geil, weil, äh, morgen ist es ungefähr, ja, keine Ahnung, 35 Grad, sowas. Aber ich glaub, dann, ab dann wird's wieder kühler. Das heißt, Mittwoch ist dann wieder der Tag, wo's dann wieder kühler wird, der Gewitter und sowas aufziehen und so weiter. Finde ich eigentlich ganz gut. Und jetzt, wo ich meinen Ventilator hab, wird's kühler. Was soll die Scheiße eigentlich? Na ja, Leute, äh, ich würd sagen, ich nehm euch dann einfach mal mit und wir sehen uns dann einfach noch in der City. Hallihallo, Leute. Und jetzt sind wir auch schon wieder zu Hause. Also, ich war heute wieder mal schwimmen. Ich dachte eigentlich, yo, wie ihr heute Morgen auch schon gesehen habt, der Tag kann eigentlich nur perfekt regnerisch werden. Einmal nicht warm. Was ist, dann hatten wir wieder 30 Grad und, ja, waren nicht unbedingt so wie geplant, ne? Deswegen hab ich auch nicht mehr so viel gefilmt, weil, wisst ja, wenn ich schwimmen bin, dann ist das irgendwie so, keine Ahnung, dann, äh, vergesse ich irgendwie zu filmen und versuche die ganze Zeit nur Tricks vom Turm. Ich kann jetzt übrigens, und das beweise ich euch im morgigen Vlog, ich kann einen Rückwärtssalto im Wasser. Und das ist ziemlich nice. Also nicht im Wasser, sondern vom Dreierturm. Und, äh, ja. Dann wollte ich noch ansprechen. Guckt mal, Leute, ich find das so mega nice. Ich hoffe, man kann's sehen. Wir haben 600 Likes auf das, äh, neues Mikrofon-Video geschafft. Hallo? Wie geil ist das denn, bitte, Leute? Wie geil seid ihr denn, bitte? Sollen wir irgendwie sowas ausmachen wie, wenn dieses Video 1000 Likes schafft, kommt der zweite Teil vom 25.000 Abonnenten-Special? Sollen wir das so machen? Ich weiß es nicht. Ähm, könnt ihr mir ja mal mit nem Däubchen nach oben zeigen. Wenn wir es schaffen, dann kommt auf jeden Fall der zweite Teil ganz schnell. Und, äh, ja. Dann kann ich wahrscheinlich auch endlich morgen oder übermorgen mein Mikrofon anschließen, weil dann morgen oder übermorgen endlich die Spinne kommt. Und, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Tut mir leid, dass ich wieder heute mal wieder so wenig gefloggt hab, aber ihr müsstet normalerweise, wenn alles so klappt, wie es klappt und es sollte, gesehen haben, wie ich ein bisschen was gekocht hab mit Freunden, beziehungsweise wie die gekocht haben und ich zugeguckt hab. Und, äh, wie ich dorthin gegangen bin. Scheiße, mehr hab ich gar nicht gefloggt. Kacke, Leute. Es tut mir so leid. Aber morgen, versprochen, morgen gibt's mehr und morgen zeig ich euch das dann. Den Backflip vom Dreierturm. Versprochen. Was soll ich sagen? Ich bin fertig, ich bin müde und, Leute, ich hab einen neuen Freund. Ich stell euch den jetzt mal vor. Hey! Ja, das gefällt mir. Äh, ich liebe diesen Ventilator. Und ich bin so froh, dass ich den jetzt endlich hab, ähm, weil ich kann in der Nacht sonst echt nicht mehr schlafen. Mir tun irgendwie alle Gliedmaßen weh, keine Ahnung. Ich bin einfach, ich bin einfach scheiße. So, gut, Leute. Ich würd einfach mal sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und morgen sehen wir uns dann beim nächsten Vlog. Macht's gut. Ciao! Und, äh, was ich noch ganz dringend sagen wollte, stellt mir unbedingt Fragen auf Twitter mit dem Hashtag AskDoggie. Ähm, und zwar werde ich da ein paar Fragen beantworten. Was ich in dem Vlog auch noch erwähnen wollte, ich habe auch Instagram. Also, wenn ihr Lust habt, hier, ich habe auch Instagram. Dort heiße ich einfach BumsDoggie. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Und macht's gut. Ciao.